Das hier ist der erste transparente OLED-Fernseher, den man wahrscheinlich wirklich kaufen können wird. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und wir sind in Las Vegas in der Suite von LG Electronics und haben hier zum ersten Mal die Chance, wirklich live den OLED-T zu Gesicht zu bekommen und natürlich auch noch die anderen 29-24er-Fernseher wie den G4, den M4 und auch den C4, zu denen ich gleich auch noch kurz was sagen werde. Aber erstmal zur Hauptattraktion, dem transparenten OLED-Fernseher. Der ist nämlich nicht nur transparent, sondern kann auch auf Knopfdruck quasi ein schwarzes Kontrastlayer, nennen sie es, hinten hochfahren, sodass man dann wirklich genau die OLED-Bildqualität hat mit unendlichem Kontrast, die man von OLED erwartet. Das ist jetzt noch nicht ganz auf dem Level von einem C4 oder G4, aber wir haben gesagt, das kann man wahrscheinlich so ungefähr mit der B-Serie vergleichen von der Bildqualität, was toll ist, weil man ja gleichzeitig auf Wunsch die transparente Möglichkeit hat. Wir sehen hier gerade so ein paar Demos laufen. Es ist einfach echt beeindruckend, das muss man so sagen. Das Beste daran ist, aber es ist nicht nur eine Studie. Also, um genau zu sein, ist das, was wir genau hier sehen, zwar schon noch das Konzept, aber uns wurde versichert, dass er Ende des Jahres wirklich auf den Markt kommen soll. Das wird jetzt nicht, sag ich mal, das Massenprodukt, aber es wird auf den Markt kommen. Es ist noch nicht ganz klar, ob das dann mit dem Regal und dem unteren Regal kommt oder für die Wandmontage gedacht ist, aber auf jeden Fall, diese Einheit wird so für euch verfügbar sein, wenn man so will. Das Beste ist, dass dieses ganze Optische nicht gestört werden muss von der Playstation, die man neben dran stellt, oder irgendwelchen anderen Kabeln, denn er kommt natürlich mit LGs Zero Connect Box, die natürlich auch den neuen Alpha 11 Prozessor hat und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum neuen M4. Den M4 live zu sehen, ist einfach cool. Das hier ist ja auch die neue Größe, nämlich der 65 Zoller, der natürlich auch mit einem Micro Lens Array OLED Panel kommt. Und was dieses Jahr auch noch neu ist, dass die Zero Connect Box nicht nur den Fernseher mit Video versorgt, sondern auch noch eine passende LG Soundbar. Hier ist jetzt die SG10TY, auch kabellos übers Wi-Fi mit dem Sound versorgen kann. Und dabei gibt es keine Einschränkungen, das heißt, alles, was man über E-Arc übertragen könnte, also Dolby Atmos unkomprimiert und DTS-X, kann man eben auch über Wi-Fi dann an die Soundbar schicken, sodass man nicht da noch ein Kabel legen muss. Über die meisten Neuerungen von den OLEDs B4, C4, G4 und M4 haben wir ja schon in einem kleinen Preview-Video gesprochen. Das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, und das hier ist er, der 83 Zoll OLED G4 mit Micro Lens Array OLED Panel. Und das ist dieses Jahr nicht nur in 83 Zoll verfügbar, sondern ja auch noch ein bisschen heller geworden, weil es eben mit besagtem Alpha 11 Prozessor noch ein bisschen besser angesteuert werden kann, um eben quasi noch mehr Spitzenhelligkeit rauszukitzeln. Es gibt aber noch eine viel pragmatischere Neuheit beim G4 und das ist der neue Standfuß, mit dem er kommen kann. Kann. Denn es ist noch nicht ganz klar, welche Größen in Deutschland dann wirklich mit Standfuß vertrieben werden und welche mit Wandhalterung. Aber ich erkläre das mal kurz. Es gibt in 55 und 65 Zoll jetzt einen neuen Standfuß für den G4 und der ist nicht wie bisher so leicht schräg dann das Display, sondern der ist dann komplett gerade und sogar leicht in der Höhe verstellbar. Wir werden im März erfahren, bei welchen Größen LG in Deutschland den G4 eben mit Standfuß oder mit Wandhalterung verkaufen wird. Es wird auf jeden Fall in 55 und 65 Zoll möglich sein, das andere jeweils nachzukaufen. In 77 Zoll wird es weiterhin einen Standfuß geben, aber ziemlich sicher nicht diesen. Und in 83 und 97 Zoll ist es eher der Fernseher, der für die Wandmontage gedacht ist. Ich hoffe, ihr habt auch mal irgendwann die Chance, das hier live in Aktion zu sehen, weil es schon einfach beeindruckend ist. Ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie unten in die Kommentare. Und natürlich werden wir auch noch viele Fernseher von anderen Herstellern sehen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr alle Videos von der CES in Las Vegas von uns mitbekommt. In diesem Sinne, vielleicht interessiert euch ja noch dieses Video. N posterer Erfğan G Davidausburg G Davidausburg G Davidausburg